Das Males Gallery versteht sich als Ausstellungsfläche für junge, österreichische Kunstschaffende. Wir laden mehrmals jährlich Künstlerinnen und Künstler ein, eine Arbeit für die Ausstellungsfläche zu entwickeln, im Normalfall im Kollaborationsprinzip. Für den steirischen Herbst haben wir heuer eine Ausnahme gemacht und die Maria Anwander eingeladen, in diesem Fall alleine eine Arbeit zum heurigen Leitthema des steirischen Herbstes zu entwickeln. Die Wahlberlinerin Maria Anwander vereint in ihren Arbeitnehmern konzeptuelle und institutionskritische Ansätze. So wirft sie immer einen sehr humorvollen Blick auf den doch immer noch von Regelwerken und klischeebehafteten Kunstbetrieb. Der Ausstellungstitel »An Artist is an Artist is a Female Artist« verspricht somit auch einen feministischen Blick auf die Kunstgeschichte und sie nähert sich sozusagen in ihrer Arbeit der immer noch ungleichen Verteilung von Aufmerksamkeit, Ruhm und Erfolg in einer doch immer noch männerdominierten Kunstwelt an.